Norddeutscher Rundfunk Okay, meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. So, siehst du? Ziemlich tollpatschig. So, siehst du, siehst du, siehst du. Sam, die Leiter da, ich komm nicht ran. Okay, warte, ich komm rüber. Okay, hilf mir hoch. Los, ich zieh dich hoch. Da ist er. Ja, der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Runter geht's. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Psst. Psst. Man folgt dem Ruf des Geldes. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie einlimpfen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr, dort zu treiben. Was? Hat die Nacht nicht überlebt. Gut gemacht. Eiskalte Hunde. Wie sagt Neddy? Geschäft ist Geschäft. Hauptsache Action. Ich hätte Lust auf einen schönen Putsch. Wem sagst du das? Schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen. Habt ihr den Ort vorbereitet? Ich bin bereit für den reichen Kerl. Sie lassen nicht nach, oder? Die Chefin will Ergebnisse. Und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Sie haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Sie haben wohl etwas entdeckt. Sie sind hier drüben. Sie sind nah hinter. Sie sind nah hinter. Sie sind nah hinter. Schick, was ist sie? So hin des Weges. Mach sie los, verdammte. Verstanden. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich hab sie getroffen. Dich, ich bin. Dich, ich bin. Dich, ich bin. Woah! Hupen! Das war... nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Los, schnell weiter. Direkt hinter diesen Mauern. Wow, über diese Schlucht springen wir nicht. Wir müssen einen Weg herumfinden. Oh, runter geht's. Ruhig, Mann. Ich hätte fast meine Arme verloren und dann hält der Fenner mir einen Koffertrag. Hätte ich ihn doch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Hey! Hey, weiter geht's. Was für eine Aussicht. Sam, hier lang. Cool. Ich habe ihn, was ich, sind. Wie geht's mit dem Weg? Wie geht's mit dem Weg? Ich habe ihn, wenn ich dich Euch nicht holen kann. Ja, ich habe ihn mit den Weg. Wer hat in dem Weg. Wie geht's mit dem Weg? Ich habe ihn, bis erinnert. Ich muss immer. Ich bin herzlich dafür. Ich habe ihn. Ich bin nehme, bis erinnert. Oh, 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 oh! Okay, dann schaffe ich das auch. Oh, 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 oh! Besser als bungee springen! Warst du schon mal bungee springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Das hast du also all die Jahre gemacht. durch ruinen hüpfen das und schossen werden die luft gejagt schlagen fäten okay okay verstehe messern das hätten wir nicht ganz wir müssen höher um über die schlucht zu kommen okay ich hoffe das rutschen ist vorbei eine hose ist voller schotter gut ja 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 HALP! Hey, hilf mir mal. Los! Ich hab's bloß. Okay, komm. Der Bär. Das stimmt. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Ey, Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Das mal sehen. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch sauviel zu tun. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir's. Hm, dann entweihen wir ein paar Gräber. So, los. Los. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da. Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er ja nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Oh, ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Das hat ein alter Mönch geschrieben. Das hat einen alter Mönchengen. Da sind sie ja alle. Jesus, dies muss zur Linken. Räumütiger Dieb. Er ist das zu Recht. Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den Heiligen Dismas. Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug.